Na gut, genug der Höflichkeiten. Ich würde gerne erfahren, worum es hier geht, sonst töse ich gleich wieder ein. Bist du bereit? Die richtige Show fängt jetzt erst an. Du weißt, ich bin ein Dämon. Ich musste mich nur mal austoben. Kennst du etwa noch jemanden, der genauso cool ist wie ich? Komm, die Ungehörtern zu mir und bring mich um! Wer weiß das schon? Frag deinen Gott oder irgendjemand anderen. Du hast was vergessen. Ganz gleich, wie sehr du dich aufspielst, und wie mächtig du auch sein magst. Das große Finale kommt erst mal.